Probleme. Wer hat keine? Ob im beruflichen Bereich, im privaten oder auch mit der Gesundheit. Viele Menschen sind ja so mit der Lösung ihrer Probleme beschäftigt, dass sie gar keine Zeit und keine Energie mehr haben, etwas proaktiv zu schaffen. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Wege zum Erfolg. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob Probleme immer so kompliziert zu lösen sind oder ob es nicht auch eine andere Ebene gibt, auf der das ganz leicht geschehen kann. Und dazu begrüße ich unseren Experten Andreas Bernknecht. Hallo. Hallo. Andreas, du bist Life Experience Master und Experte für funktionierende Problemlösungen. Du hilfst den Menschen zu erkennen, warum sie Probleme im beruflichen Bereich, im privaten Bereich oder mit ihrer Gesundheit haben. Und du gibst ihnen Methoden an die Hand, mit denen sie solche Probleme lösen können. Wie du das genau machst, da bin ich schon ganz neugierig. Jetzt erst einmal die Frage an dich. Was ist denn für dich Erfolg? Ich habe in meinem Leben sehr viel ausprobiert. Alle möglichen beruflichen Dinge, war sehr ehrgeizig, immer habe tolle Dinge erreicht und habe immer gedacht, das hat mit Geld und Anerkennung und all diesen Dingen zu tun. Habe aber irgendwann aufgrund sehr schwerer Lebenskrisen erfahren, dass das nicht so die letzte Lösung ist. Und heute sehe ich das viel einfacher. Und das ist auch die Frage, die ich am Menschen habe, nämlich, bist du glücklich? Und im Glücklichsein oder in dem Thema Glückseligkeit, wenn man das hat, das ist etwas, was für mich heute Erfolg ist, weil das alles beinhaltet. Sowohl materiell, finanziell, persönlich, Beziehungen, wie man lebt. Und dadurch kommt so ein Gefühl von, es ist egal, was im Leben passiert, ich löse das sowieso. Und dadurch kommt ein ganz tiefes Entspanntsein und das führt dann zu diesem Glücklichsein. Und das ist aus meiner Erkenntnis heute so der Erfolg, der Sinn macht. Das heißt, Glück kann durch Entspanntsein einfach überhaupt erst entstehen? Es gibt einen Film, der heißt, das Streben nach Glück mit dem Will Smith. Und da ist sehr schön drin, obwohl es dem ganz schlecht geht, er die schlimmsten Dinge erlebt, glaubt an sein Ziel. Und daraus kommt so ein Erfülltsein nachher, ein ganz tiefes Freude. Und das ist, glaube ich, das Thema Glückseligkeit. Und das ist das, wo man selbst, wenn du in einer Krise steckst, in einer schweren Situation, wo du weißt, ich werde das lösen. Und dadurch kommt schon ein Gefühl von, das ist nicht das Ende meines Lebens, das ist nicht das Ende der Existenz, sondern ich löse das und habe nachher etwas mehr in meinem Leben, was ich vorher nicht hatte. Und das führt Schritt für Schritt zu mehr Lebensqualität. Und das ist so das, was ich heute als Erfolg definiere. Ja, sagt man ja, Erfolg ist nicht ein Zustand, sondern das ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess, immer weiter auf die eigenen Ziele hinzukommen, genau. Lieber Andreas, du bist Life Experience Master und Experte für funktionierende Problemlösungen. Das Wort Life Experience Master, das ist uns gekommen bei unserem Vorgespräch. Du hast berichtet, dass du ja einiges in deinem Leben durchlebt hast, um dahin zu kommen, wo du hinkommst. Was verstehst du denn unter dem Wort Life Experience Master? Ich finde, das passt sehr gut zu dir. Ich habe schon sehr viele Seminare gegeben, Interviews, all diese Dinge und ich werde immer gefragt, was ist deine Berufsbezeichnung? Und egal welchen man nimmt, hat keine gepasst, weil es einfach keine Schublade gibt. Und darauf kann das. Für mich geht es einfach darum, was wir schon im Vorgespräch hatten, wie bewältige ich mein Leben so, dass ich einfach dieses Gefühl von, ich bin in einem Flow drin, wenn es mal nicht so gut läuft, dann werde ich daran wachsen, wenn es gut läuft, genieße ich das. Und dieses Urwissen wieder weiterzugeben, glaube ich, fasst dieses Wort so ganz gut zusammen, wie man es am besten verstehen kann. Das heißt, die Lebenserfahrung, die du ja gesammelt hast, die wir ja alle irgendwo gesammelt haben, dann wirklich auch zu nutzen. Mir ging es immer darum, in all den Dingen, wo ich mich beschäftigt habe, also ich habe sehr viel gelesen, habe mich mit allen Kulturen beschäftigt, war auf Seminaren. Letztendlich geht es um eine Frage, das Wissen, was ich habe, kann ich das im Leben anwenden, nur nicht. Wenn man es anwenden kann, ergibt es Sinn, wenn nicht, ist es unnötiges Kopfwissen. Und dieses angewandte Wissen weiterzugeben, das ist so meine Berufung. Andreas, als Experte für funktionierende Problemlösungen hilfst du Menschen zu erkennen, was in ihrem Beruf, in ihrem Leben, mit ihrer Gesundheit Probleme macht. Und da gibst du ihnen dann Werkzeuge an die Hand, wie sie eine gute Lösung dafür finden. Das hört sich so schön einfach an. Wie machst du das denn? Wenn man sich Probleme anschaut, wie die entstehen, wie man die lösen kann und sich mit den tieferen Dingen beschäftigt, kommt man irgendwann an einen Punkt und das ist das Unterbewusstsein. Und das, was dort eingeprägt ist, ist entscheidend für das, was ich im Außen erlebe, zum Beispiel das Gesetz der Anziehung, Magnetismus, Synchronicität, all diese Themen. Das heißt, das Äußere ist der Spiegel meines Inneren. Und wenn man jetzt bereit ist, diese Verantwortung anzugehen, anzunehmen, dann findet man für alles, was im Außen ja ein Ergebnis eines Schöpfungsprozesses ist, was ich erschaffen habe auf irgendeine Art und Weise zunächst mal, kann ich genau an dem Punkt wieder beginnen. Wenn ich es in mir korrigiere, muss im Außen etwas sich ändern. Und genau dieser Ansatz im Unterbewusstsein sorgt dann dafür, dass es egal ist, welches Problem das ist, ob es materiell ist, finanziell, ob es ein Beziehungsthema ist, weil es beginnt innen und da kann ich es beginnen zu lösen. Das heißt, jeder Mensch hat die Verantwortung dafür, wie gut es ihm geht, wie gut er seine Probleme in den Griff bekommt. Ja, und das ist unabhängig, ob man davon glaubt oder nicht. Die Entscheidung ist, bin ich bereit, diese Verantwortung zu übernehmen oder nicht. Wenn ich die nicht übernehme, dann regeln das andere für mich. Und das ist das typische Opferdasein. Und das sind die Menschen, die oft in Depressionen stecken, die ganz unten stecken, die nicht nach vorne kommen. Und in dem Moment, wo man bereit ist, das anzunehmen, beginnt man an, sein Leben aktiv zu gestalten und zu erschaffen. Andreas, du hast es eben schon so anklingen lassen. Du bist in deiner Vergangenheit an einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, das Schicksal, das will ich jetzt einfach nicht akzeptieren. Ich will es anders machen. Ich finde solche Momente der Entscheidung immer extrem spannend. Wie bist du dazu gekommen, dich zum Experten für funktionierende Problemlösungen zu entwickeln? Das interessiert unsere Zuschauer bestimmt. Also es gibt ganz viele solche Elemente, sehr krasse. Und zwei, die sind vielleicht so ganz entscheidend. Eins war sehr früh schon, als Kind. Ich hatte früher ganz abstehende Ohr. Und dann hatte ich eine Hornbrille, das waren Kassengestell, weil meine Eltern nicht so viel Geld hatten. Und eine Zahnspange. Und diese Kombination sorgt dafür, dass man sehr viel gehänselt wird. Und als Kind geht man aber jetzt nicht hin zu seinen Eltern und sagt, ich habe da ein emotionales Problem, das ist emotionaler Schmerz, sondern man fühlt sich einfach nur schlecht und man weiß überhaupt nicht, dass man es ändern kann. Und das hat aber dann sehr früh dazu geführt, dass ich dann eine OP bekommen habe mit 16. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt ist alles gut. Dann habe ich so einen Verband gehabt, so sechs Wochen. Und als der weg war, war ich in der Diskothek, war total happy, stehe so am Tresen. Und so ein Mädchen, das lächelt mich an. Und ich habe genau denselben Schmerz gehabt wie vorher. Weil ich dachte immer, wenn Menschen mich anlächeln, die lachen mich aus. Und das war eine totale Hilflosigkeit. Und dann bin ich auf Bücher gestoßen von dem Dr. Joseph Murphy, Die Macht des Unterbewusstseins und alles Denke, Nahrung werde reich, solche Dinge. Und dann habe ich begonnen, das zu ändern über viele Jahre. Und das war für mich so ein ganz wesentlicher Prozess. Und das war auch der Beginn einer ganz großen Reise, die dann ein paar Jahrzehnte gedauert hat. Und dann habe ich ungefähr 20 Jahre später oder 25 Jahre später, muss es gewesen sein, ein Symptom gehabt, dass ich Schmerzen hatte. Das wurde immer schlimmer. Die Wirbelsäule war irgendwann ganz verbogen. Und das waren unglaubliche Schmerzen. Ich konnte nicht mehr arbeiten, musste meinen Job aufgeben. Habe dann keine Wohnung mehr gehabt, außer das ganze Programm. Und kein Arzt konnte mir weiterhelfen. Und ich bin dann bei einer Computertomographie gewesen. Und als ich da rauskomme, sagt der Arzt, wir wissen nicht, was wir machen sollen, wenn sich das so weiterentwickelt, sollte ich mich mit dem Gedanken anfreuen, im Rollstuhl zu enden. Und in dem Moment, weil ich mich ja viel beschäftigt habe, wusste ich, ich nehme das jetzt erstmal nicht an, diese Diagnose. Das ist die Erkenntnis dieses Arztes, meine geht weiter. Ich bin dann nach Hause gefahren oder da, wo ich dann untergekommen bin. Das war wirklich so eine Übergangslösung. Und habe dort eine Entscheidung getroffen. Nämlich mich an das zu erinnern, was wirklich in mir drin ist. Das Wissen anzuwenden. Und habe dann begonnen mit Meditation, mit binauralen Beats, mit der Ausrichtung, Schmerzmittel alles abgesetzt. Genau das in mir zu erzeugen, was ich für wahrgehalten habe. Nämlich Gesundheit und einen neuen Job. Das hat dann ein paar Monate gedauert. Ich bin da immer drin geblieben. Obwohl alle gesagt haben, du musst was tun, du musst das machen. Aber ich wusste, was zu tun ist. Und hat eines Tages mein Telefon geklingelt. Ein Freund von mir ruft mich an und der sagt, Andreas, ich bin in einer neuen Firma. Und ich habe dich in den letzten Wochen bei dem Chef promotet. Und das fand ich interessant. Allein das Signal letzte Woche, wo ich da gelesen habe, weil ich habe das immer visualisiert. Ich habe gesagt, das ist schlecht, ich kann nicht kommen. Mir geht es schlecht. Er sagt, Andreas, du musst kommen. Und dann bin ich dort unter Schmerzen hin. Und das Interessante war, dass der Inhaber dieser Firma war der Beheilpraktiker. Und der Generalimporteur für ein Muskelstimulationsgerät. Und zwar so ein Nummer eins Gerät, was es weltweit gibt. Und der hat mich dann untersucht. Und dann sagt er, weißt du was, Andreas? Du hast ein Muskelproblem. Das ist die Ursache. Er hat dann dieses Gerät bei mir angelegt. 45 Minuten. Und ich war das erste Mal wieder schmerzfrei. So ein paar Minuten. Und mit diesem Gerät habe ich das dann alles korrigiert. Ich habe dann noch diesen Job dort gemacht. Und das war der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Und dann habe ich wirklich nochmal erfahren dürfen, wie mächtig das ist, was wir in uns tragen, wenn wir das ausrichten auf ein bestimmtes Ziel, uns nicht irritieren lassen. Und so habe ich einige Phasen in meinem Leben gehabt. Ja, das klingt ja so, als wäre es ein Zufall gewesen, dass du jetzt gerade an diesen Heilpraktiker gekommen bist. Genau. Und das ist, wenn man weiß, dass es kein Zufall ist, sondern das war das Bild, was ich mir komplett so aufgebaut hatte. Ich hatte offen gelassen, wie es funktioniert. Aber ich wusste, Krankheit ist nicht die Wahl, sondern Gesundheit, Heilung. Und genau so ist das dann letztlich auch passiert. Und so habe ich einige Situationen in meinem Leben gehabt. Also das ist so angewandtes Wissen dann. Du hast vorhin so beiläufig gesagt, ich habe mir mit binauralen Beats geholfen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Zuschauer gar nicht wissen, was sind denn binaurale Beats. Kannst du uns das kurz erklären und auch, was man damit macht? Ich habe ja, wie gesagt, viel geforscht. Das sind mittlerweile 38 Jahre Dichtererfahrung. Ich habe ganz viele Dinge ausprobiert, habe lange meditiert. Das ist sehr gut, aber es ist sehr schwierig, da reinzukommen, wenn man in der Not ist. Und unter anderem bin ich dann auf etwas gestoßen, das binaurale Beats sind. Und das, was mich am meisten begeistert hat, das basiert auf einer wissenschaftlichen Grundlage. Das hat ein deutscher Physiker 1839 bereits entdeckt, in seinem Physikbuch beschrieben. Und von der Technik her ist das ganz simpel. Du hörst zwei Töne. Einen Ton zum Beispiel auf dem einen Ohr von 200 Hertz. Und auf dem anderen 203. Jetzt hast du dort drei Hertz Differenzschwingung. Und unser Hörvermögen von einem normalen Menschen ist nicht in der Lage, dort zwei Töne zu hören. Und jetzt passiert im Kopf, was interessant ist, nämlich in den Gehörgängen. Da gibt es so kleine Kerne, die brauchen wir, um Geräusche zu lokalisieren. Und die fangen tatsächlich an, physisch in dieser Differenzschwingung zu schwingen. Zum Beispiel diese drei Hertz. Und wenn man jetzt entspannt liegt, das mit Kopfhörner anhört, die Augen zumacht, dann dauert das bei den meisten Menschen so sieben bis elf Minuten. Dann sind die eingeschlafen. Und diese drei Hertz ist dann gleichzeitig der Zustand, wo das Unterbewusstsein geöffnet ist. Und diese Zeit kann man jetzt nutzen, um die Inhalte im Unterbewusstsein, die Glaubenssätze, Strukturen, Muster zu ändern, zu korrigieren oder Selbsthaltungsimpulse zu setzen. Welche Menschen kommen denn auf einen Experten für funktionierende Problemlösungen zu? Durch die Bank Menschen, die schon viel probiert haben, alles mögliche ausprobiert haben und gemerkt, das geht ja nicht weiter. Oder die zum Beispiel Bücher lesen, Seminare besuchen und dann sagen können, das war toll, aber wie muss ich denn jetzt wirklich machen? Wie funktioniert es wirklich? Und das, was du gerade erwähnt hast, da ist noch ein wichtiger Punkt, wo man das erkennen kann, warum Menschen oft nichts ändern können oder wollen. Und das hat damit zu tun mit der Prägungsphase, wie wir Menschen, wenn wir geboren werden, und zwar die ersten sechs Lebensjahre. Das ist nämlich sehr interessant. Das ist nämlich folgendes. Das Gehirn eines Kindes bis zum dritten Lebensjahr schwingt in einer Frequenz von ungefähr drei Hertz, also zwei und drei Hertz. Und das ist die Frequenz, wo wir, wenn wir als Erwachsene, im Tiefschlaf sind. Und das heißt, das Kind eines im Wachbewusstsein ist die Frequenz, die wir im Tiefschlaf haben, und das ist gleich die Frequenz des geöffneten Unterbewusstseins. Und die Wahrnehmungsfähigkeit ist eine Million Mal höher pro Sekunde in dieser Zeit. Das heißt, das ist diese Phase, wo wir alles aufsaugen, was um uns herum ist, Kultur, Eltern, die unausgesprochenen Themen der Eltern, die Konfliktthemen, wie das finanziell ist, wie die Menschen miteinander umgehen, ob der Vater aggressiv ist oder liebevoll. Das nehmen wir unbewusst auf, ohne das zu beurteilen. Und das ist das, wie wir glauben. Noch nicht mal glauben. So ist einfach die Welt. Und alles, was nicht dazu passt, kann nicht funktionieren. Das gibt es einfach nicht. Und das ist nicht, dass wir das jetzt nicht wollen oder können. Es ist einfach unbewusst. Das erstmal überhaupt zu erkennen, dass man das ändern kann, dass es eben nicht die Welt gibt, sondern es ist meine Wahrnehmung dieser Welt. Das ist der erste große Ansatz. Und das sind dann Menschen, die irgendwann kommen, die viel ausprobiert haben und die dann verstehen, dass endlich hier eine Möglichkeit besteht, das zu lösen über andere Strategien. Kannst du so ein paar Beispiele geben, mit welchen Problemen die Leute zu dir kommen? Ja, es ist wirklich egal, ob es finanziell ist, ob es Beziehungsthemen sind. Oder ich habe zum Beispiel, ich habe Interviews gemacht und da war eine ganz nette Dame, die ist alleinerziehend, Mutter war ganz nett, hat das angewendet, hat gesagt, so, ihr verändert sich die Lebensqualität, der ganze emotionale Druck geht weg. Und nebenbei erwähnte ihre Tochter, die mit 13 Jahren ganz massive Angst- und Panikattacken bekommen hatte und gar nicht mehr zur Schule konnte. Die konnte nicht mal mehr die Wohnung verlassen. Die ist dann zusammengebrochen oder extreme Angst- und Panikattacken. Und das hat die drei Jahre gehabt, also nicht mal eben so. Sie hat ihnen erzählt, dass sie unter anderem eine Audiodatei angehört hat mit binauralen Beats, Thema Selbstliebe in dem Fall. Und sie hat erzählt, dass es nach einer Woche begonnen hat, dass die Tochter aus dem Zimmer wieder rauskam, dass die Depressionen weggingen. Und sie hat das acht Wochen dann genutzt. Und in diesen acht Wochen hat das so verändert, dass die Tochter sich alleine wieder zur Schule angemeldet hat und seitdem zur Schule geht. Wow. Ohne Vorkenntnisse, ohne etwas Spezielles zu tun. Und das sind die Strukturen, die sich dann im Unterbewusstsein ändern. Das heißt, Selbstliebe kann man quasi über die Ohren aufnehmen? Ja, weil das ist so, die meisten Menschen glauben zwar, lieben sich, tun es aber, die mögen sich vielleicht. Aber Selbstliebe ist was anderes. Und Selbstliebe heißt, wenn ich mich wirklich liebe, so wie ich bin, darf ich alles andere auch erlauben. Dann darf ich ein erfülltes Leben haben, dann darf ich genug Geld haben. Und das wird unterschätzen. Das sind zum Beispiel solche Themen, die man dann entsprechen kann. Thema Gesundheit, Thema, gerade Geld ist ein ganz großes Thema. Und da kann man zum Beispiel diesen Mangel, der im Unterbewusstsein drin ist, kann man umwandeln in Überflussbewusstsein. Also dieses Gefühl, ich bin im Mangel drin, ich habe nicht genug Geld, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung zahlen kann. Das ist ja noch tiefer als ein Gefühl. Das ist ja irgendwann ein Wissen, dass es so ist. Ja. Und das ist schlimm, aber irgendwie werde ich es schaffen, ich weiß zwar nicht genau wie, und dann findet man sich damit ab. Das ist aber alles schon das Ergebnis von ganz tiefen Prägungen. Und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Wenn ich diese Prägungen ändere, wenn ich aus dem Mangel in ein inneres Überflussbewusstsein komme, tue ich unbewusst ganz viele kleine Schritte. Das ist wie so eine Weichenstellung. Und das führt zwangsläufig zu anderen Ergebnissen. Und das beginnt tatsächlich letztendlich, es reicht eine emotionale Umstellung von Mangel auf Fülle. So funktioniert das. Andreas, wenn man auf der Suche ist nach einem Experten für funktionierende Problemlösungen, worauf sollte man denn da achten? Aus meiner Erkenntnis ist es ganz wichtig, dass man weggeht von Menschen, die Symptome korrigieren oder nur Therapien im Außen machen. Weil wenn das so ist, dass der Ursprung dessen, was wir im Außen erleben, in uns drin ist, in unserem Unterbewusstsein, dann helfen keine Therapien oder Maßnahmen im Außen. Das ist so ähnlich, wie wenn ich das im Auto fahre und das Ölkontrolllicht geht an. Ja. Dann könnte ich jetzt eins machen, dann klebe ich einfach dieses Lämpchen ab und ich sehe das nicht mehr. Das ist Symptombehandlung oder Therapie im Außen. Das heißt aber immer noch, dass zu wenig Öl im Motorblock ist. Sinnvoll ist es hingehen, an der nächsten Tankstelle anzuhalten, das Motoröl aufzufüllen, dann geht das Licht wieder aus. Und so ist das mit dem Unterbewusstsein, das ist wie der zu niedrige Ölstand. Ich muss es also innerlich korrigieren, dann verschwindet das Symptom im Außen. Und wichtig ist, dass man Menschen findet, die genau auf dieser Ebene im Inneren arbeiten. Weil dort findet der Problem Beginn statt und auch die Lösung. Das ist der entscheidende Punkt. Wie finde ich denn dann raus, wer der richtige Experte für mich ist? Viele Experten haben ja Webseiten heute und die Webseiten sagen sehr schön natürlich viel über jemanden aus. Die Frage ist, gibt es dort zum Beispiel einen Imagefilm, gibt es Videomaterial, wie spricht jemand, gibt es auf YouTube etwas? Und dann zu schauen, was sind die Botschaften, die da kommen. Wenn die sehr im Außen orientiert sind, über Therapieformen, über die Sachen im Außen, dann ist das schon ein Signal dafür, dass jemand das Innere nicht versteht. Und ich würde zu jemandem hingehen, wo ich spüre oder wo ich eine innere Resonanz habe, wo ich das Gefühl habe, der geht an den Kern des Ganzen, an das Innere, einen Schritt weiter, also eine Ebene tiefer. Das muss ich nicht unbedingt am Anfang alles nachvollziehen können, aber es ist so ein Gefühl von sagen können, das könnte die Lösung für mich sein, da würde ich drauf achten. Also schaut euch mal die Webseite an, ja, schaut euch den ein oder anderen Imagefilm an und dann folge dem, was für dich der beste Impuls ist, nämlich deinem Inneren, deinem Gefühl. Andreas, hast du vielleicht noch so ein paar andere Tipps für unsere Zuschauer, die sie jetzt einfach schon in Bezug auf Problemlösungen in ihrem Leben umsetzen können, ohne dass sie sich jetzt an einen Experten für funktionierende Problemlösungen wenden? Lieber Zuschauer, es gibt eine ganz erstaunliche Erkenntnis und die könnte dich interessieren. Der Punkt ist nämlich, wenn du an deinem Leben an einem Punkt immer wieder ankommst, immer dieselben Situationen erlebst, finanziell, in der Beziehung, beruflich, dann ist meine Erkenntnis, dass du genau das willst. Und das hat damit zu tun, dass es exakt dem entspricht, was in dir drin ist, deine Glaubenssätze, die unbewussten Muster. Und wenn dir das nicht gefällt, dann bist du aufgefordert, genau dort einen Cut zu machen, aus dem Teufelskreis auszubrechen und in dir etwas anderes einzupflanzen, was du deinem Außen erleben kannst. Und lieber Zuschauer, an dem Punkt ist eines wichtig, das hast du vielleicht schon, wer weiß wie oft, probiert oder Bücher gelesen, Seminare besucht und es hat bisher nicht funktioniert. Und ich vergleiche das wie mit einer Komfortzone, in der man drin ist. Und dort gibt es eine rote Linie. Und entscheidend ist, über diese rote Linie einmal darüber hinaus zu gehen, einmal etwas zu tun, was du bisher nicht getan hast, dich mal für ein Thema zu öffnen, wo du bisher verschlossen warst. Denn da liegt oft so der Segen der Veränderung. Und lieber Zuschauer, der erste Schritt ist der schwierigste. Das ist oft ein ganz kleiner Schritt. Und die Chinesen haben schon gesagt, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und den kannst nur du tun. Ja, danke, dass du gekommen bist. Ich bin immer wieder bass erstaunt über dieses riesige Erfahrungswissen, was du hast und wie du das weitergibst. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, da haben wir heute eine Menge toller Impulse bekommen, die ich auch gerne in meinem Leben umsetzen werde. Wir haben heute gelernt, dass wir uns mit unseren Problemen nicht abfinden müssen und dass wir unser Unterbewusstsein mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel durch binaurale Beats, so umprogrammieren können, dass unser Leben einfach einfacher wird. Danke, Andreas, dass du zu uns ins Studio gekommen bist und unseren Zuschauern den Mut gegeben hast, etwas an ihrer Situation zu ändern. Ich bin Gabriele Ermen und ich freue mich, wenn Sie auch nächsten Samstag um 19 Uhr wieder rhein-main.tv einschalten zu einer weiteren Ausgabe von Wege zum Erfolg. Bleiben Sie erfolgreich! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!